Mmh, lecker. Jetzt zu dir, mein lieber Sigmar. Weißt du, dass du ein sehr geiler Wirtschaftsminister bist? Jo. Unter anderem finde ich es mega geil und großartig, wie du den Edeka Tengelmann-Dien durchgezogen hast. Also teilweise, ne? Denn heute kassierte ein Gericht Gabriels einsame Entscheidung ein. Für den SPD-Chef eine maximale Blamage, für viele andere ein Desaster. Lass dir nichts erzählen. Du bist über jeden Zweifel erhaben. Du bist sehr geil. Du bist super beliebt. Auch in Saudi-Arabien. Wegen der Waffen. Wow. Ne sehr geile Aktion. Übrigens, sehr geil auch, was du über den ägyptischen Präsidenten gesagt hast. Ich finde, sie haben einen beeindruckenden Präsidenten. Respekt, interessante Meinung. Und sehr, sehr geil formuliert. Du könntest ein super, super geiler Kanzler sein. Nur leider... Bin ich nun mal blöderweise Sozi. Aber ein sehr, sehr geiler, ein super geiler Sozi bist du. Du hast geile Freunde, geile Klamotten und geil gebräunt bist du auch. Du bist ein sehr geiler Minister. Super geil. Edeka. Wir lieben Sigmar Gabriel. Und zwar eine sauber, Von�� almärstu 360. Cheg geiler. Teilion voltariert. Das war's. Ich Employee. Ich habe die Familie unterteilen, Wer war es hier einsatz mit hope. understeater著 Website. Ich hatte die Familie.